An meinem Lehrberuf gefällt mir sehr, dass ich viel mit Kundenkontakt habe, weil ich gerne mit Leuten bin, ich kann ihnen weiterhelfen, ihnen Trinken anbieten und ja, das ist das, was mir am meisten gefällt. Ich finde das Schwierigste an diesem Lehrberuf ist an der Telefonzentrale, wenn sehr viele Telefons kommen, muss man alle Informationen aufschreiben, um dann weiterzuleiten und dann darf man halt nichts vergessen. In diesem Lehrberuf sollte man gut mit Kunden umgehen können, weil man sehr viel mit ihnen zu tun hat und man sollte Interesse an Autos haben, weil man die ganze Zeit mit Autos zu tun hat und gerne mit dem Computer arbeiten kann. Ich habe das Team mega gerne, es sind alle immer mega gut drauf, jeden Tag. Wenn ich Hilfe brauche, kann ich eigentlich zu jedem gehen und es wird mir immer weitergeholfen. Also ich bin sehr stolz, dass ich bei E-Ming frei arbeiten darf. Es ist halt ein sehr grosser und bekannter Betrieb, der gut auf die Lernenden schaut. Also ich finde, wir müssen sich hier bewerben, weil es ist ein sehr familiärer Betrieb. Alle helfen sich gegenseitig, es sind alle freundlich zueinander und man fühlt sich richtig wohl. Lernenden! Wir machen die Lernenden! Vielen Dank.